Ich habe nur noch einen Huhn, Ash hat nur noch einen Huhn, Mama hat verloren! Oh nein! Und Max ist Sieger! Der Revanche! Doch, der Revanche! Alles tipptapdup! Ich bin Ash. Und ich bin Max. Und die haben jemand den Looping Loui! Hier hat jemand einen lustigen Schnauzbart, da sind ja noch zwei Hücher. Und hier sitzt er auch in einem Flugzeug drin. Und hier ist noch immer das Spiel aufgebaut. Und da können zwei bis vier Spieler dabei sitzen und spielen. Genau, das hast du auch echt gut erklärt, Ash. Zwei bis vier Spieler können damit spielen, das ist ab vier Jahren. Und hier kann man sehen, wie das Spiel gespielt wird. Looping Loui, der kommt nämlich hier im Sturzflug angesaußt und will deine Hühner mobsen, die hier auf einer Stange sitzen. Ah! Du musst jetzt versuchen, Looping Loui abzuwehren, damit er deine Hühner nicht aus dem Stall schobst. Und derjenige, der zum Schluss alle seine Hühner noch hat, hat gewonnen! Dann packen wir es jetzt mit raus! Genau! Lass mal Looping Loui auspacken! Karton leer? Ja! Okay, dann gucken wir mal, was alles dabei ist. Hier ist das... Ist das das Flugzeug? Nee! Nee! Hier ist das Flugzeug. Hier ist Looping Loui. Und hier ist das Spiel. Max fangst du mal an, das auszupacken. Und Ash, kannst du das hier jetzt immer auspacken? So! Oh! Jawoll! Ja, guck mal, das sind die Kartakulte, die mit dem Looping Loui immer weggeschossen werden muss. So! Und dann baue ich hier mal weiter auf. Ach guck mal, diese Chips hier, das sind die Hühner. Ja, da sind da noch irgendwo Aufkleber dabei. Ich glaube, hier drin waren welche. Ich bin mir aber nicht sicher. Oh ja, hier sind welche. Okay, guck mal, dann müssen wir hier noch einiges bekleben. Hier sind die lustigen Hühnchen. Ich möchte es machen! Was? Ich möchte es machen! Was? Ich möchte es machen! Was? Okay, Ash kann das gleich alles draufkleben. Hier ist Looping Loui, der muss auch irgendwo draufgeklebt werden. Ich nehme hier mal euch einfach weg. Okay, die kann ich hier machen. So, und wo kommen die denn hin her? Die müssen doch bestimmt auch hier irgendwo noch angebaut werden. Oh, bist du ein Hühnchen? Müssen wir dich auch vor Looping Loui schützen? So, wir haben jetzt Looping Loui aufgebaut. Hier ist das Spiel mit den verschiedenen Katapulten. Hier ist Looping Loui, der fliegt hier gleich rum. Und jetzt müssen noch diese Chips hier verteilt werden. Ja, aber jeder kriegt drei. Drei. Drei Stück für jeden? Dann verteilen wir das mal. Eins, zwei, drei. Drei. Eins, zwei, drei. So, die Chips sind verteilt. Okay, also die Spielregeln sind ja ganz einfach. Looping Loui fliegt hier rum und wir müssen versuchen, wenn er bei uns angeflogen kommt, mit dem Katapult, den Looping Loui, über die Hühner zu schießen, damit er nicht die Hühner mopsen kann. Weißt du was? Wenn er da längst fliegt und die beruhrt, dann passiert nämlich das. Und ein Huhn rollt raus. Okay, dann lass uns mal starten. Ja. Oh nein, bei mir hat er schon ein Huhn gemobst. Und Ash drückt immer gleich so doll drauf, dass er gleich über zwei Spiele darüber fliegt. Oh! 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 Siehst du? Ash hat verloren, weil er zu doll drauf gedrückt hat immer. Nein! Max ist auch raus. Das ist das Finale! Oh nein! Das Finale! Oh! Das ist das Finale! Oh! Papi hat gewonnen! Noch eine Runde! Noch eine Runde! Ja! Okay, dann spielen wir noch eine Runde. So Ash, und du kannst jetzt mal zeigen, was passiert, wenn man zu doll draufhaut. Was? Guck! Dann verliert man alle seine Hühner von allein. Genau. Luke and Louie muss da gar nicht kommen. Ja. Und schon hast du verloren. Oh! Bedauern, 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 Bedauern! Kannst du losgehen? Jo, dann starten wir mal. Nein, ich bin tot. Nein! Und Ash hat schon sein erstes Huhn verloren. Ich hab den tot. Nein! 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 Ich bin raus. Ich auch. Das ist wieder das Finale! Werde gewinnt sich Europa! Guck mal, man muss nur ein ganz kleines bisschen draufdrücken. Also nur ein bisschen rüberheben über die Hühner. Und ich bin schon wieder der Gewinner! Nee, noch eine Runde! Noch eine Runde! Okay, wir spielen noch eine Runde. Wieso fehlt man? Wieso ist denn jetzt hier bei mir auch ein Huhn runter? Jetzt ist es rausgeflogen. So! Was hast du gesagt? Jetzt ist es rausgeflogen. Ach, Mama ist auch mit dabei! Hallo Mami! Hallo! Hallo! Also Mami spielt hier ganz heimlich, still und leise mit. Sie hat sich hier reingeschlichen. Okay, dann drückt man auf Start! Ja! Nein! Ja, ich hab noch einen. Ich hab noch einen. Ich hab noch einen. Ich hab noch einen. Oh nein! Ich bin der Erste, der seinen Huhn verloren hat. Nein! Ich hab noch einen. Der darf nicht so drauf drücken. Max. Mal wieder. Nein! Max hat auch einen Huhn verloren. Ich kann da erstmal was machen. Ey! Ich konnte ihn gar nicht treffen. Das ist so gemein! Ich konnte ihn gar nicht treffen. Hey! Oh nein! Nein, ich habe nur noch einen Huhn. Ash hat nur noch einen Huhn, Mama hat verloren! Oh nein! Oh nein! Max ist Sieger! Eine Revanche! Noch eine Revanche? Ja! Okay, wir spielen das nochmal! Das Spiel ist mega cool! Es geht wieder los! Ja! Ey! Max, was ist los? Der Start war nicht so gut! Der Start war nicht so gut! Max, hast du schon verloren? Ja! Oh, Max ist raus! Oh nein! Ich habe auch einen verloren! Es ist total mies, mit denen ich es treffen kann! Und nur noch Mama, Ash und Papa sind im Spiel! Oh! Und Mama ist raus! Wie viel bin ich aber? Jetzt spielen nur noch Papa und Ash! Oh nein! Da konnte man ja gar nichts machen eben! Der kam so im steilen Sturzflug angeflogen! Oh! Ey, der hat es versucht! Und ich bin raus! Und Ash ist der Sieger! Noch eine Runde! Ja! Okay, also eine Runde machen wir noch! Okay, Louis, dann geh mal wieder auf Hühnerjagd! Oh nein, der ist nicht bei mir, oder? Und es geht los! Yeah! Oh, und schon habe ich einen verloren! Und den zweiten! Das gibt es doch gar nicht! Zwei Hühner weg und ich konnte nichts machen! Ich kann auch nichts machen! Siehst du! Ich konnte nicht so viel machen! Nein! Und ich bin raus! Oh, Glück gehabt Ash! Ja! Oh, Glück gehabt! Nein! Nein! Yeah! Oh, verdammt! Du! So, Louis, schnapp mal einen von Mama hier! Nein! Oh, hier! Junge! Merkst du das auch drauf? Junge! Ich möchte mal auch mal gewinnen! Eine Runde! Okay, dann müssen wir mal sehen, dass Mama gewählt! Scheiße, aber nicht! Scheiße, aber nicht, Mama! Warum nicht? Weil ich das gewinne jetzt! Na! Das sehen wir ja gerade! Ey, da trifft er irgendwie doch gar nicht! Ist ja gemein! Oh nein! Mama hat einen verloren! Ja! Ja! Und Ash ist schon wieder Erster geworden! Das ist ja ein echt cooles Spiel! Das war es dann von uns! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Okay Ash, weißt du was? Jetzt sind wir beide nur noch alleine hier? Ja! Und wir wollen das nochmal spielen, dann? Mhm! Wir beide! Ja! Und los geht's! Jeder hat zwei! Ich nehme hier den gelben! und den grünen! Ich habe den gelernen und den roten! Okay! Mal sehen, wie wir das hinkriegen! Ja! Und los! Hey, warte mal! Schreib noch mal kurz aus! Bei dir hat ja schon einer gefehlt! Gar nicht! Doch! Da waren nur zwei... Da waren nur zwei Stück drinne und nicht drei! Dann machen wir so und dann fehlt das! Okay! Und dann... Los geht's! Oh! Und schon habe ich einen verloren! Aha! Ich nehme mal so! Und du auch! Komm schon! Das geht gar nicht, wenn man zwei spielt! Da geht das! Genau! Und da ist wieder einer weg! Boah! Wieso geht der immer nur auf mich? Nein! Und... Oh! Und bei mir wäre fast auch einer weg! Und bei mir sind alle drei raus! Na! Das ist so gemein! Das geht gar nicht anders! Das ist nur mal so gemein! Also... Ich würde sagen, der Geil von mir hat schon mal verloren! Lila hat auch verloren! Hat auch verloren! Oh! Und Rot ist noch im Spiel! Rot hat noch... Genau! Einer ist da noch drin! Ein Huhn ist bei dir noch drin! Ja! Und ich habe noch alle drei! Oh, nee! Jetzt habe ich nur noch zwei! Nein! Oh! Oh! Was war denn das? Noch! Ich hatte gerade so was in die... Oh! Und jetzt hast du alle verloren! Und ich habe noch zwei! Mal sehen! Mal sehen! Mal sehen! Was ist denn das denn? Und bei mir ist auch einer drin! Stimmt gar nicht! Hab noch einen! Okay! So! Ein Huhn hat sich wieder in den Stall geschm... Ein Huhn hat sich wieder in deinen Stall geschummelt! Ja! Vielleicht auch! Haha! Den Stall ist, was meine Hühner alles können, ne? So! Und... Der ist verloren! Gewonnen! Bei mir sind alle raus! Bei dir sind noch zwei drin! Ich habe... Weil sie sich reingeschummelt haben! Haha! Aber egal! So! Das macht echt Spaß, ne? Ja! So! Denn jetzt das zweite Mal! Tschüss! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal.